So, wir haben ein paar paar Impressionen einfangen hier, die Sonne kommt wieder raus, Raffelberg, heute schlechtes Team aller Zeiten, 0 zu 12 Tore in drei Spielen, kein Tor geschossen, aber die Wurst schmeckt trotzdem, Kinder sind auch da und wir freuen uns trotzdem, also gucken wir hier, guck mal hier, da wieder Kinder, gleich kommen die Platzierungsspiele gegen Gewalt und Rassismus und wir hoffen ja noch, dass wir ein Tor schießen heute, äh, ja, aber wird schwer, Tor schießen, muss man auch erstmal den Ball treffen. So, hier noch ein paar Stimmungsbilder, mal zur Mannschaft gehen, mal gucken, wie die Stimmung ist, eher schlecht, glaube ich, so hier, allgemeine Tristesse überall, aber die Sonne ist raus, eben hat noch geregnet, die Hulle, hier sehen Sie auch die Mattspuren noch, aber jetzt, äh, freuen wir uns, Christian, ja, habt ihr ein Tor geschossen heute? Wir haben heute ein Tor geschossen, wir haben kein einziges Tor geschossen, letztes Jahr Finale und jetzt kein Tor geschossen, hör mal, ja, das ist eine Erreißung, ja, manchmal ist alles scheiße, ne, Fußball, ficken, Alkohol, das ist, unser Motto auch heute, glaube ich, ich bin heute in der S-Bahn aufgewacht, das auch bitte. Ja, was hast du, wie, was, wie, ich bin heute in der S-Bahn aufgewacht, in der S-Bahn aufgewacht, wusstest du nicht, warum, Filmriss oder was? Ich war heute schon in Dortmund und in Gladbach, ja, ach, sehr gut, ne, ein Wand von Welt, Dortmund und Gladbach, sehr gut, ne, gehen wir mal weiter hier, gestern, gestern noch in Holland, ah, sehr gut, totale Tristesse hier, die Mannschaft, da müssen wir mal ein bisschen filmen hier, ne? Ich bin auch eher so Reptilien, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, allgemeine Tristesse, die Mannschaft, sonnt sich im 0 zu 12 Tore, was sagen wir denn zu 0 zu 12 Toren, wollen wir noch ein Tor schießen, oder nicht? Wir müssen auch noch ein Tor schießen, das muss mindestens so gefeiert werden, wie das von der Mädchen. Ja, finde ich auch, hör mal, wenn wir ein Tor schießen, das feiern wir aber, ne, hier, ne, Matti, wenn wir ein Tor schießen sollten, das werden wir feiern, oder? Das werden wir feiern, als wären wir deutscher Ruhrgebietsmeister, hier allgemeine Tristesse von hinten, so, machen wir mal aus hier, ne.